Hallo Leute, ich habe heute mal die Outdoor-Kartbahn in Wildeshausen unter die Räder genommen. Prinzipiell eine ganz coole Kartbahn, Rimo-Karts, leider etwas ungleichmäßig gedrosselt. Eine Strecke, die man im Trocknen komplett Vollgas fahren kann. Also gleich in dem Video werdet ihr sehen, dass ich nicht einmal auf die Bremse steige. Layout ist prinzipiell ganz cool, zwei, drei Kurven mit einer kleinen Senke. Ja, war prinzipiell ganz cool. Viel Spaß beim Video. Jetzt etwas ganz well. Gleich capacities. Aber jetzt ist meine Beine. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR